Mein Name ist Michael Finger, ich bin der Landratskandidat im Oberallgäu. Aber warm stehe ich nie neben Berühmtheiten und warm tauche ich nicht auf vierfarbigen Hochglanz-Prospekten auf, weil mir die Menschen und die Heimat wichtiger sind, weil ich dafür meine Zeit verwende, weil das Oberallgäu und die Menschen im Mittelpunkt meines Handelns stehen. Untertitelung des ZDF, 2020